Willkommen auf Gutscheinrausch.de. Heute wollen wir euch die mobile Anwendung von jovedi.de vorstellen. Das ist ein Online-Shop, auf dem man zum Beispiel Schmuck oder Uhren einkaufen kann zu einigen recht bekannten Marken, wie zum Beispiel Pandora ist recht bekannt oder auch Joop, Fossil, Icewatch und noch vielen, vielen mehr. Und ihr seht hier in der mobilen Anwendung oben gleich so einen Slider mit einigen Produkten. Falls einem da schon was anspringen, kann man natürlich da gleich draufklicken, aber meistens geht man auf Produkte anzeigen und bekommt dann hier so eine Liste von Marken angezeigt, in denen man dann weiter vorgehen kann. Und ich habe überlegt, wir gehen einfach mal in die Kategorie Fossil. Ihr seht schon, da gibt es eine Menge Produkte zu und da kann man auch eine Menge zu zeigen. Und das ist jetzt aufgeteilt in zwei, also eigentlich drei Kategorien. Einmal Fossil, Uhren sind hier 463 und Fossil, Schmuck 517 und noch Fossil, Angebote. Hier in diesem Falle eins. Und wenn man jetzt hier auf Schmuck geht, lädt das Ganze natürlich nochmal nach. Man bekommt dann hier unten schon mal eine Liste angezeigt, hat aber hier auch die Möglichkeit zu sagen, ich möchte das nochmal unterteilen, zum Beispiel in Silberschmuck oder in Stahlschmuck. Und man hat auch die Möglichkeit hier auf Herrenschmuck zurückzugreifen, da das Ganze natürlich hier meistens für Damen ist. Nicht immer, aber vieles ist eigentlich hier auch für Frauen. Und hier hat man dann wieder die Möglichkeit zum Beispiel zu sagen, ich suche Armschmuck. Und so werden aus diesen Anfangs, ja ich glaube über tausend Produkten, waren es eine übersichtliche Liste. So sieht das Ganze dann aus. Und man kann dann hier auf eine Produktseite gehen, da wird einiges angezeigt, dann Informationen auch zur Lieferung und so weiter. Kostenloser Versand ist hier schon. Man kann es dann einfach in den Wachenkorb legen. Und das Schöne ist, man kann auch hier hin und her swipen und muss dann gar nicht zurück zu dieser Standardübersicht. Also man kann hier direkt in diesem Menü bleiben und spart dadurch natürlich eine Menge Zeit. Und das ist natürlich ein toller Komfort. Es gibt hier eine Suchfunktion, da kann man zum Beispiel nach einem Stichwort suchen oder auch nach einem Barcode-Scanner starten. Das ist ganz cool. Man kann auch den Shop anrufen, falls man mal eine Frage hat. Auf Bestellung zurückgreifen, eine Mail kann man schreiben, Warenkorb kann man sich anschauen. Dann gibt es hier nochmal die Verknüpfung zum Barcode-Scanner und zusätzlich gibt es natürlich noch so die üblichen Verknüpfungen zum Impressum, zu den AGB, Facebook-Adventskalender und ja, das übliche halt. Es gibt dann hier im zweiten Tab nochmal die Suche ganz gesondert angezeigt, hier nach mit Stichwort Suche und Barcode-Suche. Das ist natürlich ziemlich schön. Und zusätzlich gibt es dann hier in der Mitte die Möglichkeit, auf den Warenkorb zurückzugreifen. Da hat man dann in der Mitte nochmal ganz einfach die Möglichkeit zu sehen, was man alles bereits in den Warenkorb gelegt hat. Und hier kann man sogar einen Gutscheincode einlösen, falls ihr zum Beispiel von unserer Internetseite einen habt. Im vierten Tab kann man auf Impressum hier zurückgreifen. Da bekommt man dann ganz einfach angezeigt, was ist natürlich, wo das Unternehmen sitzt in diesem Falle hier und wie das Unternehmen heißt, bekommt man auch nochmal angezeigt. Und im Bereich mehr kann man sich ganz einfach anmelden oder registrieren, um dann super einfach natürlich die einzelnen Produkte auch von unterwegs zu bestellen. Also einige Marken sind mit dabei. Ich kann sie euch hier nochmal zeigen. Dann könnt ihr euch sie hier nochmal durchlesen. Pandora, ja Thomas Sabo ist sogar mit dabei, Joop, Fossil, Icewatch und vieles, vieles mehr. Uhren und Schmuck kann man damit einkaufen, auch noch ein paar weitere Accessoires. Und ja, wir können euch das auf jeden Fall empfehlen. Falls man Fan von diesen Artikeln ist, ist das auf jeden Fall eine schöne Sammlung hier von Herstellern, von Marken. Und die Preise gehen auch in Ordnung, wenn man das vergleicht zu den unverbindlichen Preisempfehlungen. Und von daher empfehlen wir euch einfach mal vorbeizuschauen. Vielleicht ist ja auch für euch was mit dabei. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.